Also da ist hier eine schöne gebrochenrationale Funktion. Ich will Nullstellen, maximal mögliche Definitionsmenge Asymptoten berechnen, dann den Graphen zeichnen, fertig. Und ja, bei den Nullstellen, ich habe hier einen Zähler, einen Nenner. Bei den Nullstellen mache ich Zähler gleich 0. 5 x² minus 5 gleich 0. Das sollte man sehen, dass man da 5 ausklammern kann. x² minus 1 gleich 0. Und dann habe ich x², also dividiert durch 5, 0 durch 5 fällt weg. 1 rüber, x² gleich 1, x gleich plus oder minus Wurzel 1 ist 1. Zwei Nullstellen, 1 und minus 1. Und die habe ich jetzt. Maximal mögliche Definitionsmenge, da hier den Nenner gleich 0 setzen, x² gleich 0 für 0. Das heißt, d gleich r ohne, die 0 ist nicht erlaubt. Jetzt die Asymptoten. Ich habe hier im Zähler ein Polynom zweiten Geradis. Ich habe im Nenner ein Polynom zweiten Geradis. Damit habe ich eine waagerechte Asymptote, die parallel zur x-Achse ist. Wenn ich sehr große Zahlen einsetze, dann ist dieser 5 ist dann egal. 5 mal 1.000.000² minus 5 durch 1.000.000². Das ist egal. Wenn der 5 erwurscht ist, dann kürzt sich das hier weg. 1.000.000², 1.000.000², voll weg. Und übrig bleibt 5 mal 1, 5. Also, ich habe eine Asymptote bei y gleich 5 parallel zur x-Achse auf der Höhe 5. Und die Senkrechte bei x gleich 0. Das sind die zwei Asymptoten. Und damit kann ich jetzt den Graphen zeichnen. Gut, ich radiere hier mal so ein bisschen weg. Und vielleicht ein bisschen dünner. Genau, also Graphen zeichnen. Was habe ich denn? 5, da brauche ich hier eine 1, eine kleine 1, 1, 2, 3, 4, 5. Genau, y, x. Also die waagerechte Asymptote ist hier bei 5. Die ist so. Und die senkrechte Asymptote, die ist bei 0. Und die 0-Stellen, also hier ist eine 0-Stelle und hier ist eine 0-Stelle. Ja, wie will es denn sein? Also, die Möglichkeit wäre, dass der hier sich so... Ja, und so. Dann schmiegt er sich an sämtliche Asymptoten an. Ja, sicher symmetrisch. Ein bisschen symmetrischer machen. Jetzt habe ich den Graphen skizziert ohne weitere Wertetabelle. Und so wird das sein.